Willkommen bei LZ Parts im Onlineshop der Lüdemann & Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Dacia Duster Phase 2, wobei das ist gar nicht mal so wichtig, Phase 1 wie Phase 2, Kofferraumschutzwanne. Es gab ja schon einige. Hier haben wir jetzt für den 2WD, also den Fronttriebler, auch eine Kofferraumschutzwanne. Wir haben ja gestern ein Video online gestellt, das war für den Dacia Duster 4x4 und jetzt haben wir einen 4x2. Und da wollte ich euch mal gerne die Kofferraumschutzwanne zeigen. Die ist nämlich genauso schön und passgenau. Ich tue die mal rein. Man knickt sie dann ein bisschen und legt sie mal hin. bis hinten an. Und dann muss man sie schon recht genau einfühlen, weil die extrem passgenau ist. So, dann muss ich die Kamera mal vom Stativ runter nehmen und dann zeige ich euch die mal im Detail, damit ihr auch wisst, wie gut die passt. Nämlich hier in den Ecken. Man sieht also hier die Ausbuchtung für die Schraube, die nächste Ausbuchtung für den Stopfen. dann geht es komplett entlang bis hinten in die Ecken. Stößt ganz, ganz sauber an die Rücksitzbank gegen. Auch hier wieder die Ecken, die Rundung. Das ist alles richtig schön sauber. Okay, wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Die Matte ist ansonsten auch wieder hier mit einem Duster-Schriftzug versehen. Zeichen dafür, dass es so gehört. Hier hinten in der Mitte ist eine Ausbuchtung. Die drücken wir jetzt mal genau drauf. So, dann sieht man das. Also absolut sauber im Kofferraum. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Ich hoffe, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage auch, wie immer, bis denn dann.